ja hallo herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute gucken wir uns starfield an dazu habe ich ein setup aufgebaut bestehend aus einem msi godlike x570 mainboard auf dem ein reisen 9 5950 x steckt als arbeitsspeicher haben wir den corsair dominator platinum 64 gigabyte der läuft 3600 cl 18 als grafikbeschleuniger benutzen wir heute eine 30 90 in der faunas edition wie ihr sehen könnt es ist nichts übertaktet der arbeitsspeicher der läuft im xmp das einzige was ich angefasst habe ist die lüfter kurve der grafikkarte da die faunas edition dazu neigt sehr warm zu sein und ich mag es kühl ja da wollen wir mal gucken was dieses setup da so leisten kann die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diplomacy would never die Questions What? Is it done for you? Our whole office is getting moved to Gagarin Really? Is it done for you? I have a feeling today is going to be a great day Our whole office is getting moved to Gagarin I have a feeling today 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 One day, I'm gonna leave New Atlantis Our whole office is getting moved to Gagarin. I'm so excited to see Tony afterwards. I'm a student of history. 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 I'm a student of history.